Yo Leute was geht? Willkommen zum neuen Video. Leute, ihr wisst, wenn ich hier sitze, was es bedeutet. Ja, Unboxing! Leute, ich hab wieder was hier. Wie immer Leute, ne riesen Kiste. Leute, ihr könnt mir gerne jetzt schon in die Kommentare schreiben, was ich noch für real life scheisse sehen wollte. Wollte ich sagen, fangen wir direkt an nach dem Intro, Leute. Ja, gut. Würde ich sagen, packen wir den Scheiss mal aus. Ey, was klebt hier alles dran? Weg! Okay, wie macht man... Wie jedes Mal schnell ich mich sicher fast wieder in die Finger. Weil ich das eine Mal fast die Kamera umgeworfen habe. Ha! Geil! Nice. Das gab ein Unboxing. Da hab ich mal in den Camp gefasst. Uh, genau. Geile Projekte vom Kanal. Und... Schon bald fangen die Floss wieder an. Halb die Fress... Heute mal. Heute mal. Heute mal! Oh Manninyuck, okay! Ja, Schnauze, Junge! Heute mal. Heute mal! Das wird eh rausgeschneppt. Alter! Junge! Direkt aus es drin. Ach! Ha! Geuill rarestll! Alter, was geht ab? Wie erträgt ist der Scheiss? ist nur mein ach du scheiße wie verpackt ist das wieder leute nice ja das ist das heißt ein paket ist noch auf dem weg das ist nur eine figur wo ich bestellt habe also ein ein anbocken wird der nächsten Zeit noch kommen aber sind das schon beide? du hast ja schon Freizeit Juni warte Bruder oh nein das sind beide ich glaube was ist das? ja ich habe gemeint wie cool ist das Größe vom Blinden Juni Alter ok Leute viel zu viel Papier ok fangen wir mit Figur Nummer 1 an und zwar Alice von Assassin's Creed Unity die Templerin die Templerin von Assassin's Creed Unity Leute ja Alice die werden wir auch noch kennenlernen im let's play dann zu Assassin's Creed Unity gut Leute dann würde ich sagen packen wir die auch aus einmal Messer auf wieder hoffen man sieht alles so oha oha ok ok das ist schon mal leer ich habe die schon gezeigt das habe ich so ok zu viel Papier ja so sieht es schon aus aber jetzt müssen wir sie noch befreien die geile Sau ha geiiiiii nice halt einmal halt einfach einmal ja hinter meiner Kamera ist meine Schwester ja hinter meiner Kamera ist meine Schwester eee ja moin was geht ab hey Junge jetzt hier auf Bruder muss los wo ist noch auf diese Seite ja ok Leute so sieht Elise aus so sieht sie aus was für eine Figur nicht wirklich wirklich nice das war Figur 1 des Elise von Assassin's Creed Unity Leute in der Tat würde ich sagen kommen wir direkt zum zweiten und letzten ja diesmal geht es um Assassin's Creed 4 Black Flag hinten so und zwar um Blackbeard neben oh Mensch nee warum so sieht es jetzt fang aus oh nee Schwester zusammen da war ich ja schon immer der Beste wie man schon weiss vom Unboxing zu Alexios So. Einmal. Okay. Wo? Ah! Ich kann die Kontistanz stecken. Jetzt wollte ich schon sagen. Aber bei der Seite. Der andere. Was? Aha! Hier gibt es noch einen zweiten Teil. Wo Edward Kenway dran ist. LOL! Die kann man zusammensetzen. Das sieht man so. Ganz unten. Es gibt noch eine zweite Figur. Edward Kenway. Wo du hier hinsetzen kannst. LOL! Wie geil ist das denn? Wie geil! Ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen meine Lieblingsteile. Ah! Das ist noch der Schwert von Ellie. Nice! Okay, geil. Dann nehmen wir halt dieses Schwert. Ich wollte schon sagen. Blackbeard hat sie doch zwei. Einige, geile Socke. Ja, Leute. Ich weiß, das Unboxing ist bei mir immer geil. Da habe ich immer keine Sprichauflage. Hätte ich die ja gut so auch mal in den Let's Plays. Dann wäre es noch geiler. Okay. Ich bin jetzt noch mal raus. Hey, ich hasse es. Ich schwöre es euch. Ich hasse solche Figuren. Okay. Aber Leute, das war's eigentlich vom Unboxing. Das mache ich dann später. Das ist... Blackbeard... ...und Elise, Leute. Blackbeard und Elise. Zusammen... Ja, Leute. Das war's. Das war's. Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Sonst sind wir uns bei einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao.